So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamseysterDicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge. Ja, heute ist Mittwoch, eigentlich gäbe es heute Raid am Mittwoch. Ich habe auch gestern Abend schon gesehen, dass dann wieder Event angekündigt wurde, aber... Dann hätten wir ja schon wieder Raid am Mittwoch heute und die zwei ausstehenden Event-Videos und noch das Türchen vom Adventskalender und noch Premiere abends. Und es ist einfach zu viel. Deswegen habe ich mich entschieden, Raid am Mittwoch wieder am Donnerstag zu machen, diese Woche. Dass wir jetzt am Mittwoch das 15 Uhr-Video nochmal mit Pokémon haben, aber zusätzlich auch jetzt ein 10 Uhr-Video mit Pokémon GO, weil schon wieder zwei Events angekündigt wurden. Und das ja auch irgendwo gesehen werden soll und im Fokus steht. Zur Feier der Jahreszeit erscheinen Flannival, Kolowal und weitere Pokémon in Pokémon GO. Es ist ja wie an Halloween, wo immer das so zwei Wochen läuft und eingeteilt ist in Teil 1. Teil 2 ist ja auch bei Weihnachten, bei den Weihnachtsfeiertagen, Festlichkeiten immer so zwei Wochen gefühlt Event, wo winterliche zwei Wochen lang mit Teil 1 und Teil 2. Das ist jetzt Teil 1. Irgendwie dachte ich vorhin, es steht anders da. Jetzt steht es so da, aber nee, hier steht es plötzlich. Winterfeiertage Teil 1. Wir sehen hier ein Botogil auf dem Bild, wir sehen hier so ein Flannival, zu dem ich wieder absolut keinen Bezug habe. Da ist ein Pikachu, das ist schön für meine Pikachu-Medaille auf dem Habanero-Account. Der braucht ja sowieso noch viele von diesen Teilen. Winterfeiertage Teil 1. Montag, der 18. Dezember. Wir haben jetzt den 13. Das ist der 18. Montag, 18. Dezember, 10 Uhr bis Montag, 25. Dezember, 20 Uhr. Läuft also exakt eine Woche. Pokémon-Debüs, Flannival, Kolowal, die zum ersten Mal auftauchen. Pikachu neu kostümiert mit Feiertagskleidung, was ihr auch entwickeln könnt zu Reitschu mit Feiertagskleidung. Ist natürlich wieder in Shiny möglich. Event-Boni. Während der Winterfeiertage Teil 1 könnt ihr den Bonus auswählen, den ihr für den Abschluss der befristeten Forschung erhaltet. Ihr könnt dabei zwischen Doppeltenfang-EP und Doppeltenfang-Staub entscheiden. Ich würde ja eigentlich immer sagen, geht auf Staub. Die EP kommt von alleine. Staub ist wichtiger, gerade wenn man immer alles pushen wollte. Beim Habanero habe ich jetzt so eigentlich gar nichts, was ich pushen brauche und muss und will. Aber falls irgendwie noch Levelerweiterung kommt, mal wäre ein EP gut. Ich würde euch aber trotzdem eher den Fang-Staub empfehlen. Denn ihr spielt ja richtig und nicht Free-to-Play an die, die halt jetzt so nicht spielen. Mehr EP und Staub für das Öffnen von Geschenken. Da haben manche Leute gehört, die sowieso sagen, sie machen gar keine Geschenke. Verstehe ich nicht. Für mich ist das immer das Highlight, wenn ich abends da sitze und kann meine 40 Geschenke öffnen oder 50 Geschenke jetzt mit dem Ticket, was ich habe. Und ja, ansonsten ist das einfach immer cool zu gucken, wer ist noch eine Stufe entfernt von der nächsten Freundschaft und so weiter. Wer kann aufsteigen? Wer kriegt noch was für den C-Day? Es wird eine befristete Forschung geben. Winterliche Wünsche. Ihr könnt an einer befristeten Forschung teilnehmen, bei der ihr euren Bonus selbst auswählt. Eure Auswahl bestimmt, welche Aufgaben ihr während des Events erfüllen müsst. Also es wird wohl direkt zu Beginn. Könnt ihr euch also zwischen Staub oder EP entscheiden. Kriegt dann verschiedene Auswahlen. Unabhängig davon können alle Trainer, die die Forschung abschließen, Items erhalten und winterlichen Pokémon begegnen. Die befristete Forschung läuft während beider Teile der Winterfeiertage. Obwohl das jetzt nur eine Woche läuft, dieses Event und dann ja das andere kommt, Teil 2, wird diese Forschung im Heute-Tab, also die ganzen zwei Wochen laufen. So, wilde Pokémon. Pikachu mit Feiertagskleidung, Alola Sander, Niohrop, Evoli mit Feiertagshut, Quiekel, Damir Plex mit Feiertagsoutfit, Seemobs mit Feiertagsschal, Galaflampion, Frigometri, Arctip, Flannival. Für die Leute, die jetzt also beim Frigometri-Fang-Kunst-Event-Tag keine Zeit hatten und gar nicht spielen konnten, da habe ich ja eh gesagt, eigentlich braucht man das Ticket nicht, eigentlich braucht man da gar nichts. Das wird ja damit eingeführt als Shiny. Und gerade bei den Weihnachtsevents, die danach kommen, da müssen Eis-Pokémon am Start sein. Und dann wird sicherlich das auch wieder dabei sein und da ist es schon, in der Wildnis. Wer also kein Glück hatte, obwohl das natürlich dann eine erhöhte Shiny-Rate hatte, hat vielleicht jetzt Glück, noch an einen Frigometri zu kommen. Pikachu für Shiny-Sammler natürlich wichtig und neu. Wer das Evoli noch nicht hat, ja, als Shiny mit Kostüm, ist ja auch immer nur zu solchen Events verfügbar. Quiekel, immer noch Bonbons-Farm ist wichtig, Marmottel mitnehmen, Damir Plex, Seemobs, alles was so Kostüme hat. Für die Shiny-Sammler, wer die noch nicht hat, Galaflampion ist ein guter Eisangreifer, ist ein guter Feuerangreifer in der anderen Version, in der das Normale. Die zwei Teile kann man eigentlich immer mitnehmen, obwohl ich natürlich das Feuerding richtig cool finde vom Design. Das Eisding finde ich jetzt nicht so cool, sieht halt irgendwie anders aus. Arctip habe ich immer gefeiert, ist aber nicht so stark. Flannival kann ich gar nichts zu sagen, ob der stark ist oder nicht. Ist aber neu, nimmt man mal mit, entwickelt man auch mal durch. Früher hast du immer Lucky Decks noch vervollständigt, brauchst du jetzt nicht mehr. Also für mich Highlight auf jeden Fall, Quiekel. Quiekel ist Highlight, fokussiert euch auf Quiekel, nehmt ihr alles mit, wird etwas Glück, begegnet ihr auch Kaifel, Sneebel, Amarino. Sneebel auch gut als Unlicht und als Eisangreifer, genau, Amarino macht man glaube ich auch nichts mit. Kaifel nochmal die Weiterentwicklung hier von Quiekel, nehmt ihr mit, habt ihr nochmal gleich mehr Bonbons. Raidkämpfe, Stufe 1, Pikachu, Alola Sandan, Seemobs mit Feiertagsschal, Kraboks, Flannival. Wäre für mich jetzt wieder mal nichts dabei, für meine Raidmedaille müsste ich da was machen. Seemobs mit Schal vielleicht in die Sammlung aufnehmen, egal ob es shiny ist, egal ob es gute IV hat, weil das einfach süß ist. Gefällt mir eigentlich am besten hier von den kostümierten Pokémon mit dem Schal um den Bauch, weil der so klein und rund ist. Raids der Stufe 3, Yugong, Labras, Damir Blacks mit Feiertagsoutfit und Glaziola mit Unterwasserfeiertagsoutfit. Das sind so Dinger, die hattest du auf dem Main-Account alle immer drauf. Für dich wäre jetzt nur das Pikachu neu gewesen, ansonsten ist Glaziola auch ein guter Eisangreifer. Labras, Oldschool mäßig, feiere ich auch immer noch, war eins der letzten Pokémon, die ich für Kando damals gebraucht habe, dann endlich gebrütet hatte mal in einem Event. Wer da noch kein Shiny hat, wird sich sicherlich auch freuen. Und was ratet man da aber? Was ratet ihr vor allem? Ich bin jetzt schon wieder auf dem Punkt, diese Trainer-Hoffnungsmedaille vielleicht doch nicht so extrem voranzutreiben, sondern eher doch meine legendären Raids zu machen, um da Bonbons mitzunehmen und Erfahrungspunkte. Denn man muss ja nicht jede Medaille auf Pladin haben. Es gibt ja auch bestimmte Medaillen, die man weglassen kann und könnte trotzdem auf die 50 kommen, vom Level her. Deswegen, vielleicht kann ich die vernachlässigen, um nicht irgendwas Sinnloses zu raiden. Es macht für mich keinen Sinn, Grabbox-Raids zu machen zum Beispiel. Und das nur für eine Medaille. Da habe ich lieber mit der Community zusammen in der Raid-Gruppe Spaß bei dem Legendären als sowas. Eier haben wir noch da, aus zwei Kilometer-Eiern diesmal. Evoli, Cusilla, Galaflampion, Amarino. Die Chance auf Shiny ist erhöht. Aus Eiern, okay. Bei aus Eiern ausgebrüteten Evoli mit Feiertagshut besteht eine höhere Chance auf ein Schillernetzexemplar als bei Wilden. Scheint also nur für Evoli zu gelten. Wenn ihr da brüten wollt, für mich ist das wieder nichts. Ich kann ja nicht. War ich aber auch vorher auch nicht so der große Freund von ständig alles ausbrüten. Wenn, dann hat man das vielleicht auf den Kleidercouch gemacht. Aber extra aufladen für Brutmaschinen war mir immer zu doof. Pokémon bei Feldforschung. Was haben wir da jetzt noch zusätzlich dabei? Mushas, was gut Staub gibt, als Shiny auch richtig cool aussieht. Rosana ist hier noch dabei. Das Bodo-Gel mit seiner Schleife, die total hässlich ist. Schneebedeck, Gelatini. Petsneef mit Feiertags. Schleife, halt einfach voll dumm. Und ja, bestimmte Aufgaben geben euch mega Energie für Mega Rexbläser und mega für Nondor. Hier ist Gelatini dabei. Das wurde doch so groß angekündigt für diese Jahreszeit als Shiny. Jetzt ist es hier im Event, aber ist nicht Shiny. Kommt das dann zum Teil 2 als Shiny? Kommt das dann erst im Januar als Shiny? Kriegt das einen Seeday als Shiny? Ist sonst was damit? Wenn das jetzt schon da gewesen wäre, hätte das halt voll Sinn gehabt, dass man das jagt oder dass man da drauf geht oder sich über jedes freut. Aber nee, es kann ja noch nicht Shiny sein. Ja, Muscha ist aus den Aufgaben auf jeden Fall cool für die Staubjäger. Dann gibt es hier neue Avatar-Artikel, ein Bodo-Gel-Einteiler komplett, Flanival-Mütze, Feiertagsstiefel, Handschuhe, Pullover mit Schal. Muss man sich sicherlich alles kaufen, ist also nichts für mich. Sticker brauche ich eigentlich auch nicht, sind aber das Schöne dabei. Hier die zwei Jorups, die aufeinander rumhausen, entdornen hier unten mit der Mütze. Dann gibt es wieder eine Partnerforschung von Prime Gaming. Wer also Amazon Prime hat, kann da mal reingucken, der kann wieder einen Code kriegen, mit dem er sich eine Forschung abholen kann. Manche verschenken die bestimmt wieder oder verlosen die oder was weiß ich. Amazon Prime-Mitglieder können den Avatar-Artikel Feiertags-Pullover mit Schal auf der Prime Gaming-Website abholen. Dieses kostenlose Geschenk ist vom 15. Dezember 19 Uhr bis zum 19. Januar 19 Uhr verfügbar. Dann gibt es auch noch kostenpflichtige, befristete Forschung, nachdem wir jetzt also eine kostenlose haben. Im Heute-Tab könnt ihr im Heute-Tab zusätzlich aber noch eine mit Tickets. Es gibt zwei verschiedene Tickets. Die Tickets, ich habe es mir vorher ganz kurz mal durchgelesen. Ihr könnt ein Ticket jetzt kaufen, was euch im Teil 1 und im Teil 2 eine Forschung gibt. Ihr könnt, selbst wenn ihr im Teil 2 erst das Ticket kauft, kriegt ihr trotzdem noch die Forschung von Teil 1 und Teil 2 dazu. Habt also zwei Wochen Zeit, ungefähr, dann diese Sachen zu machen. Mit dem ersten Ticket, das kostet 2 US-Dollar, bekommt ihr zum Beispiel Begegnungen mit Event-Pokémon wie C... Was ist denn das? Begegnungen mit Event-Pokémon wie C-Mobs mit Feiertagsschal, Frigometrie, dem neuen kostümierten Pokémon, Enton mit Feiertagskleidung. Enton? Ich habe kein einziges Enton da oben gesehen. Und zwei Premium-Kampfpässe, könnte man sagen, gut für 2 Euro, zwei Pässe. Das gleicht sich ja ungefähr aus. Ihr kriegt aber bei den 2 Euro im zweiten Teil beim Event nochmal zwei Kampfpässe und nochmal bestimmte Begegnungen mit besonderen Event-Pokis. So, ihr kriegt also vier Pässe für 2 Euro und ein paar Begegnungen mit Pokémon. Ist nicht teuer, kann man machen, muss man nicht machen. Ist jetzt bestimmt nicht so wild. Ich würde mich wahrscheinlich freuen über die Premium-Kampfpässe, falls jemand dieses Ticket giften möchte. Mittlerweile sammle ich die Premium-Kampfpässe. Ich habe jetzt schon 19 Stück, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht doch den Daily Pass immer ins Legendäre und die kleinen Grünen dann immer mal für irgendwas Sinnloses, was in den Rates ist, dass ich die auch alleine so machen kann, 1er oder 3er. Das zweite Ticket kostet 5 US-Dollar. Ihr habt damit einen Bonus von doppelten Fangbonbons, auch verschiedene Begegnungen mit verschiedenen Event-Pokis. Hier steht auch wieder Anton dabei. Aber hier bekommt ihr am Ende eine Event-Avatar-Pose. Das heißt, man kann sich wieder eine Pose kaufen für 5 Euro. Finde ich zum Beispiel jetzt nicht so schön oder cool wie das erste. Ich würde lieber 2 Dollar bezahlen für 4 Raid-Pässe als 5 Dollar für eine Event-Pose. Man wechselt so oft die Pose, das nächste Event kommt, dann hast du wieder eine andere Pose. Also eigentlich rentiert es sich nicht für 5 Dollar, dir das ranzuzimmern, außer du hast das immer drin, dass es jeder sieht. Aber wenn du es nur eine Woche hast, dann hast du wieder was anderes drin. Muss jetzt nicht sein. Wird aber bestimmt genügend Leute geben, die wieder sich die Pose holen, das zweite Ticket für 5 Dollar. Ich finde das erste aber irgendwie cooler. Es wird wieder Showcases geben mit, aha, Event-Pokémon. Ihr müsst Event-Pokémon euch holen und dann könnt ihr bei den Showcases teilnehmen. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal durchschauen. War hier Anton dabei? Wieso schreiben die unten hin mit Anton und seinem neuen Kostüm? Bin ich blind oder was? Anton, Anton, Anton. Ich sehe kein Anton. Ist das ein Schreibfehler? Ist das ein Übersetzungsfehler? Was hat es mit Anton auf sich? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Quiekel. Das ist wahrscheinlich schon alles, auf was ich mich freue, weil andere Ziele, andere Sitten, andere Account. Deswegen Habanero braucht Quiekelbonbons und was sind eure Ziele? Schreibt es rein. Wir sehen uns später. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. 15 Uhr kommt nämlich nochmal der Raid Day. Kurz zusammengefasst und dann Peace out, Vorhaut. Arr.